Nur ein paar Meter vom Kapellplatz entfernt, gehen wir am Kultur- und Kongressforum vorbei zu einem besonderen Bauwerk, nämlich dem Jerusalem-Panorama Kreuzigung Christi. Gebaut wurde das Altöttinger Panorama von 1902 bis 1903. Initiator, Bauleiter und Maler war Professor Gebhard Fugl. Es ist das einzige Panorama oder Rundbild weltweit mit christlichem Hintergrund, das noch im Originalzustand erhalten ist. Die Panoramen ermöglichten der damaligen Bevölkerung, virtuell in ferne Länder oder Städte zu reisen oder im Mittelpunkt historischer Ereignisse zu stehen, wie zum Beispiel der Kreuzigung Christi. Wir betreten das Panorama durch einen abgedunkelten Eingang. Er stimmt uns ein auf eine Zeitreise in die Vergangenheit Palästinas vor 2000 Jahren. Am Ausgangspunkt dieser Zeitreise umgibt uns ein monumentales Rundgemälde von über 1200 Quadratmetern. Dieses riesige Bild gibt uns den Blick frei ins Heilige Land im Jahr 30 nach Christus. Wir sehen den Ölberg, die Stadt Jerusalem mit dem Tempelbezirk und die Sionsburg, die Residenz von Pontius Pilatus. Wir schauen in den Garten des Josef von Arimathea, einem Mitglied des Hohen Rates. Wir schauen auf die Richtstätte Golgotha. Hier stirbt Jesus Christus am Kreuz und die römischen Soldaten würfeln nach altem Brauch um seine Kleider. Wenn wir zum Ausgang gehen, werfen wir noch einen Blick hinter die Kulissen. Seit 115 Jahren, also seit Baubeginn des Panoramas, stehen hier die eingetrockneten Farbpinsel, die leeren und halbleeren Farbflaschen und Tuben und sogar die Bierflaschen aus dieser Zeit. Man hat den Eindruck, als ob Gebhard Vogel und seine Mannschaft nur mal kurz den Arbeitsplatz verlassen hätten. Ein Besuch des Altöttinger Panoramas ist eine historische Reise. Eine Reise in die Vergangenheit. Eine Reise zum Ursprung des Christentums. Eine Reise zum Ursprung des Christentums.